Hallo, ein anderes Netzwerk, das ganz interessant ist, ist Strava. 86 Millionen Nutzer weltweit, etwas mehr als 2 Millionen waren es alle 2020 in Deutschland. Und natürlich kann man einfach mal nach Namen mittels Google suchen. Mit dem Site-Parameter es auf der Seite einschränken und schon findet man unheimlich viele Strava-Profile. Das ist natürlich eine relativ einfache Möglichkeit Nutzer auf Strava zu finden. Und weil ich halt nicht irgendjemanden fragen wollte, war ich mal so frei und habe den lieben Reinhard Remford von Methodisch Inkorrekt angefragt, ob ich sein Strava-Profil benutzen darf und netterweise hat er ja gesagt. Hat mich auch sehr gefreut und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, was Strava so kann. Zum einen gibt es hier den Bereich Entdecken. Da kann ich eben Segmente entdecken, also Strecken, die irgendjemand gelaufen ist. Und jeder, der diese Strecke läuft, taucht dann hier auch in diesen besten Listen auf. Oder in den Listen auf am 26. April war eben dieses Mitglied auf dieser Strecke unterwegs. Ich kann auch eigene solche Strecken anlegen. Da brauche ich aber, also ich bin blind, die Mitgliedschaft und die Probenmitgliedschaft, die ist zwar kostenlos, aber das habe ich jetzt erstmal nicht gemacht, aber man kann auf jeden Fall in den Dienstsegmente anlegen und dann eben werden alle Leute, die auf dieser Strecke gelaufen sind oder Rad gefahren sind, werden da einem angezeigt. Eine andere Möglichkeit ist, dass ich nach Sportlern suche. Und da ist er schon. Und ja, was habe ich? Ich habe zum Beispiel Fotos. Fotos werden oft auf unterschiedlichen Plattformen in die sozialen Netzwerke eingestellt. Das heißt, ich kann mit einer Bilderrückwärtssuche natürlich gucken, ob ich dieses Foto noch woanders im Internet finde und vielleicht auf weitere Profile aufmerksam gemacht. Genauso solche Profilbilder, die werden oft auf unterschiedlichen Plattformen immer wieder verwendet. Schon mal eine feine Sache. Ja, dann Aktivitäten sehe ich hier. Da gibt es eben eine Strecke, die der Reinhard Remford wohl öfters läuft oder Rad fährt. Und die ist er zuletzt hier am 14. Juni 1737 gelaufen. Ich sehe auch, dass hier jemand mit ihm unterwegs war auf dieser Strecke. Und wenn ich hier reinklicke, dann sehe ich aber, okay, es war wohl nur eine Teilstrecke, weil die andere Strecke war größer. Das hier ist jetzt nur dieser Zipfel. Ich habe hier den Start- und Endpunkt. Viele Leute laufen ja auch von zu Hause los. Start- und Endpunkt ist dann immer hier. Man kann dann bei Strava wohl einstellen, dass man diesen Bereich dann um sein Wohnhaus verschwimmen lässt. Und das haben die so gut gemacht, dass das Wohnhaus halt in der Mitte des verschwommenen Bereichs ist. Also hätte man auch gleich sein lassen können. Aber hier habe ich eben nochmal detailliertere Angaben. Witzigerweise fehlt hier jetzt die Angabe der Uhrzeit. Warum? Keine Ahnung. Ich gehe nochmal zurück. Genau. Also so habe ich jetzt hier eben diese Strecken. Hier weitere Strecken. Wo er eben unterwegs war. Ja. Und was es natürlich auch noch gibt, sind Clubs. Da ist er offensichtlich in drei Clubs drin. Da er jetzt eine bekannte Persönlichkeit ist, ist zu vermuten, dass diese Clubs nicht nur Leute beinhalten, die ihn persönlich kennen, sondern vielleicht auch eher Fans von ihm sind. Aber bei anderen Clubs, da werden das natürlich dann Lauftreffs oder so sein. Und ja, da ich nicht in diesem Club bin, weiß ich jetzt nicht, wie gut sich die Leute da wirklich untereinander kennen. Aber kann schon sein, dass da eben dann auch Freundschaften entstehen über sowas. Genau. Also das ist einfach hier über die Segmente und die Sportlersuche kann man hier doch sehr viel Informationen gewinnen. Was natürlich für unsere Zwecke der Aufklärung eine feine Sache sind. Genau. Hier wäre meine Segmente. Da ist eben keins. Was vielleicht auch sein könnte, ich habe kein Handy, dass man mit der Handy-App noch ein paar Sachen mehr machen kann. Das könnt ihr ja dann schauen, ob ihr mit der Handy-App dann vielleicht doch eigene Segmente erstellen könnt. Ich habe jetzt hier keine Möglichkeit gefunden, ohne dass mir gesagt wird, Probe-Mitgliedschaft beginnen. Das war es für heute schon wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.